Heute ist Heiligabend und deswegen erlaube ich mir nochmal ein kleines Resümee, jetzt in deinem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana. Storia Mastering. Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Das letzte Kläppchen öffnet sich. 24 Videos hast du gesehen mit diesem inklusive. Und ich hoffe, die Reise war nicht zu langweilig. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest aus den Tipps und Tricks. Den Plug-In-Vorschlägen, den Produkt vergleichen und was ich dir alles gezeigt habe, dass das eine oder andere dabei gewesen ist. Und du dir vielleicht noch die eine oder andere Entscheidung auch leichter machen konntest, dir vielleicht ein weiteres Geschenk noch unter den Weihnachtsbaum zu legen. Aber das ganze Jahr war insgesamt schon sehr spannend. Wir haben eine weite Reise gemacht vom Januar bis jetzt im Dezember. Und auch da hoffe ich natürlich, dass du einiges mitnehmen konntest, damit deine Mixfähigkeiten noch weiter nach vorne kommen und deine Songs demnächst genauso gut klingen, wie ich immer so schön sage, wie die großen Hits im Radio oder wenn es die nicht sind, wie deine großen Vorbilder auf jeden Fall. Wenn es dieses Jahr noch nicht ganz geklappt hat mit deinem großen Anspruch, dann kannst du ja im nächsten Jahr weitermachen. Das Schöne am alten Jahr ist ja, es gibt ja nächstes Jahr wieder ein neues. Und da kann man weitermachen, denn nichts ist wichtiger als Üben. Und Üben macht ja auch extrem viel Spaß. Deswegen lade ich dich auch ein, wenn du noch Übungsmaterial brauchst, dich im Premium-Bereich mal umzuschauen vom Recording-Blog. Aber ich will nicht zu groß die Werbeveranstaltungen hier machen, denn es ist ja schließlich Weihnachten. Nur der kleine Tipp, es gibt jede Menge Tutorials und Spuren zum Selbermischen und eine Community, die immer zum Helfen bereit ist und beim Austausch von Informationen immer bereit steht. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Hier oben ein Link zum Premium-Bereich. Das aber nur am Rande. Ich hoffe, dass ich dir einiges mitgeben konnte, auch hier im freien Bereich beim YouTube-Kanal vom Recording-Blog. Dass dir vielleicht auch unser Podcast Spaß gemacht hat, den ich zusammen mit den goldenen Ohren von Holtwig mit unserem lieben Björn Schlüter gemacht habe. Und damit wir das ganze Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, verabschiede ich mich jetzt in die Weihnacht, verabschiede ich mich in eine kleine Pause. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Weihnacht. Bleib gesund, einen guten Rutsch und wir sehen uns. Mach's gut bis dahin und jassu!